Die italienische Polizei hat Ermittlungen gegen Impfgegner eingeleitet. Hausdurchsuchungen werden bei Aktivisten durchgeführt, die auf Telegram-Kanälen zu Gewalt bei Protestaktionen gegen den grünen Pass aufgerufen haben. Durchsuchungen fanden in mehreren Städten, darunter Venedig, Mailand und Rom, statt. Laut Medienberichten wurden die Drohungen in einem speziellen Chatkanal auf Telegram veröffentlicht. Der Name des Kanals bedeutet auf Deutsch so viel wie Schluss mit Diktatur. Ein Telegram-Kanal, der häufig von Impfgegnern zu Aufrufen gegen die Gesundheitsdiktatur in Italien verwendet wird. Auf dem Kanal waren vergangene Woche Aufrufe zur Unterbrechung von Bahnverbindungen gepostet worden. Und zwar aus Protest gegen die seit 1. September geltenden Regeln, wonach man nur mit grünen Pass an Bord von Langstrecken, Zügen, Inlandsflügen und Fähren gehen kann. In den Gruppen wurden auch immer wieder Kontaktdaten von Unternehmen, Ministerien und Organisationen geteilt, mit dem Aufruf, diese mit Kritik zu überfluten. Auch Wissenschaftler wurden zum Ziel von Drohungen. Matteo Passetti, Spezialist für Infektionskrankheiten, beklagt, jemand habe ihn auf offener Straße in der Nähe seines Hauses beleidigt und bedroht. Auch der italienische Außenminister Luigi Di Maio hat Drohungen wegen der Corona-Politik der Regierung beklagt. Der grüne Pass ist ein Zertifikat in digitaler Form oder in Papierform, das zeigt, ob jemand eine Covid-19-Impfung erhalten hat, negativ getestet wurde oder unlängst von der Krankheit genesen ist. Er wurde vergangene Woche auf Schulen und Universitäten ausgeweitet. Dadurch müssen zum Beispiel Lehrkräfte einen Corona-Impf-Negativ-Test oder Gesundheitsnachweis haben, um zum Präsenzunterricht kommen zu dürfen. Wer fünf Tage lang den grünen Pass nicht vorweist, wird ohne Gehalt vom Dienst suspendiert. Italien hat bereits im Mai eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal eingeführt. Die Regierung von Premier Mario Draghi erwägt, den grünen Pass auch auf Beamten auszudehnen. Die Maßnahme ist umstritten. Zuletzt gab es in Italien landesweit heftige Proteste gegen die Corona-Politik. Seit zwei Monaten finden samstags in den Großstädten Demonstrationen gegen den grünen Pass statt.